Der Wildschinau-FM-Adventkalender. 24 Weihnachtsgeschichten von Franziska Meier wird präsentiert von Sandbichler Meereisernshop und Lillis Coffee & Wine. 1. Dezember. Joachim und Fridolin waren ganz früh wach, auch wenn sie hätten länger schlafen dürfen. Aber heute war der 1. Dezember und in diesem Jahr war der 1. Dezember ein Sonntag. Also hatten sie keine Schule, denn es war ihr Sonntag. Jetzt begann die Weihnachtszeit. Sie liefen die Stiege hinunter und das ganze Haus duftete schon jetzt in der Früh nach Weihrauch. Der Himmel war rot gefärbt, ein ganz sicheres Zeichen, dass die Englein Kekse buchen, Zimtsterne und Lebkuchen, Vanillekipferl und noch viele Sorten mehr. Mama bereitete für die beiden Frühstück und der Adventkranz stand mitten am Tisch. Heute durfte man die erste Kerze anzünden. Das war jedes Jahr Mamas Aufgabe. Die beiden Wochen danach kamen dann Joachim und Fridolin an die Reihe und die letzten der vier Kerzen durfte dann Papa anzünden. Auch hatten Joachim und Fridolin einen Adventskalender bekommen und noch vor dem Frühstück öffneten sie das erste Türchen. In einem der beiden Kalender war ein kleines Schokoladeschaukelpferd und im anderen ein Eichhörnchen aus Schokolade. Alles war perfekt. Nur einen Wunsch hätten sie, so wie alle anderen Kinder noch gehabt. Sie wünschten sich Schnee. Viel Schnee. Dann hätten sie nämlich ihre Rodeln vom Dachboden geholt und wären den Hang neben dem Haus viele Male raufgestapft und heruntergerodelt. Aber Schnee gab es keinen. Nachdem sie aber wussten, dass jetzt vor Weihnachten eine ganze Schar von Engelchen und vor allem das Christkind Weihnachtsvorbereitungen trafen und Engel immer am ehesten im Wald zu finden sind, das behauptete zumindestens Opa Franz, beschlossen sie, in den Wald zu laufen. Vielleicht waren ja schon ein paar von ihnen auf der Erde. Natürlich konnte man immer nur ein kleines Stück Flügelchen sehen, wenn ein Engel vorbeihuschte oder aber auch einen Lichtschein. Nur Opa Franz hatte schon mehrmals ein ganzes Engelchen gesehen und ihnen beschrieben, wie Engel aussahen. Sie hatten weiße, rosa oder ganz hellblaue Kleidchen an, die wunderschön glänzten. Die Haare waren goldenschimmernd und die Flügelchen waren fast durchsichtig. Zur Weihnachtszeit verteilte das Christkind verschiedene Aufgaben an die Engel und einige von ihnen wurden damit betraut, viel Schnee auf die Erde zu schütteln. Also waren Fridolin und Joachim ganz sicher, dass es Engel schneien lassen konnten, wenn sie nur wollten. Die Buben konnten schon ein bisschen schreiben und so beschlossen sie, den Schneeengeln einen Brief zu schreiben. Bitte, bitte, lieber Engel, könnt ihr es heute schneien lassen, es ist doch schon Advent. Sie nahmen den Brief und hatten eine gute Idee. Sie würden die Schokolade aus dem Adventskalender dazulegen. Das musste ja helfen. Im Wald zogten sie nach einer geeigneten Stelle und fanden schließlich einen Ast mit einer kleinen Höhle. Da hinein legten sie ihren Brief mitsamt der Schokolade. Sie warteten und warteten, aber es passierte gar nichts. Überhaupt nichts. Nicht eine einzige Flocke fiel vom Himmel. Dann wurde es langsam dunkel und kalt und die Buben mussten nach Hause gehen. Mama und Papa hatten sich schon Sorgen gemacht. An diesem Abend gingen sie ein bisschen traurig zu Bett. Schade, dass es nicht geklappt hatte. Jammer schade. Schade, dass es nicht mehr so gut ist. 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 Vielen Dank.